hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde gold rush ja und da wären wir jetzt mit unserem bagger auf unserer partzelle wir haben in der letzten runde alles vorbereitet zwar ganz schön viel arbeit jetzt hier alles so richtig hinzustellen und anzuschließen und ja dann wollen wir doch mal gucken ob wir mit dem bagger hier zurecht kommen die steuerung muss man sich erstmal dann gewöhnen also erwartet erstmal nicht zu viel hier steigen wir mal eine kleine testrunde sind wir schon gefahren letzte folge aber jetzt wird es ernst stoppen wir doch mal den motor dann gucken wir mal von einer frei beweglichen kamera so frage ist wo wollen wir jetzt anfangen zu graben können wir mal hier an der seite wo es noch nicht stört so jetzt müssen also gibt es hier haufenweise tasten erstmal gibt es natürlich den ganzen arm hoch und runter fahren dann kann man den kleineren arm hoch und runter fahren dann kann man natürlich klappe auf und zu machen und man kann natürlich auch hier drehen das geht auch so machen wir mal gucken wie das so funktioniert so fangen wir jetzt mal so dass er so leichten kontakt hat dann denke ich mal klappe zu wollen wir natürlich nichts verlieren während der fahrt so erste schaufel schon richtig riesen loch drinnen so sitzen sitzen wir auch richtig drin jetzt müssen wir den ganzen sand jetzt hier in unsere mobile waschanlage reinschmeißen dann öffnen wir noch mal ganz vorsichtig gleichzeitig mal ein bisschen hoch ich glaube wir müssen noch ein bisschen zurück dass wir irgendwas daneben schmeißen 67 prozent haben wir jetzt schon gefüllt mit einer schaufel ich glaube müssen hier schon wirklich ständig die motoren laufen lassen nochmal sehen wie schnell hier der treibstoffe leer geht sorgen wir erstmal für strom und natürlich dann für wasser 53 prozent ist hier nur noch treibstoff jetzt müssen wir noch die mobile waschanlage starten hier mit dem knöpfchen und dann geht er auch schon los jetzt wird hier gewaschen und gesiebt was das zeug hält wieder was hier rauskommt hier auch schon die anzeige mit der ersten schaufel haben wir schon fast zehn prozent des eimers gefüllt geht natürlich ziemlich schnell so jetzt lassen wir das mal laufen so wollen wir mal wieder zu unserer ersten position hin so 5 km h fährt er zumindest rückwärts wenn wir gucken wie schnell er vorwärts fährt das dauert natürlich immer hier so vorwärts fangen wir auch 5 km h das hat sie echt gebracht so gehen wir mal zur selben stelle hier ich glaube noch ein bisschen zurück so der auf der auf dann der runter ups falsche richtung kann natürlich gerne gerne mal passieren hier so da haben wir glaube ich ein bisschen sand verloren da muss man erstmal mit den tasten zurecht kommen hier da muss man auch immer umschalten zwischen farm modus und kran modus und die tasten sind hier nämlich mehrfach belegt also jetzt vorwärts fahren ist bei mir jetzt auch gleichzeitig den großen arm bewegen da muss man also ständig hin und her schalten da muss man da ein bisschen aufpassen kann man natürlich alles individuell einstellen nicht das problem da muss man wirklich ganz genau gucken hier so und die schaufel ja da ist tatsache nicht viel drin da haben wir leider nicht viel mitbekommen da müssen wir gleich die nächste schaufel einmal holen ja das bedarf jetzt erstmal ein bisschen übung ich bin jetzt auch nicht der große baggerfahrer hier macht aber auf jeden fall schon mal viel mehr spaß als jetzt hier die ganze zeit zu schaufeln so und dann mal ein bisschen zurückfahren was für krater hier schon drinne zwei mal eingetaucht älter schwede oh das war doch mal eine gute schaufel da habe ich doch mal die die richtigen tasten gedrückt jetzt hier wie gesagt das muss man jetzt erstmal hier ein bisschen das gefühl für kriegen den Rhythmus rein kriegen bin ich mal gespannt wie tief man hier graben kann in der Ecke mit der Schaufel das war ja nur so, keine Ahnung, ein halber Meter oder was so, mal gucken so, mal gucken das wollte ich einmal so gucken dann einmal so gucken so, das sollte reichen machen wir jetzt einmal vorsichtig auf jawohl, 60% Füllung das war doch gut mal gucken wie lange wir brauchen um einen Eimer zu füllen und was wir da an Gold rauskriegen ob wir hier mehr Gold bekommen als mit einem Eimer was wir mit der Schaufel gemacht haben damit bin ich schon mal gespannt drauf so, mal öffnen und dann runter und dann runter oh nee das war nicht ganz so ja, das war doch auch wieder gut ab und zu bleibt er mal ein bisschen hängen das hängt dann wohl damit zusammen weil die Schaufel dann die Bewegung nicht mehr ausführen kann weil die ähm wie sieht schon die Mutter aus hier? weil sie dann wohl einfach nicht mehr so beweglich ist so, nächste Schaufel ja, mit 5 kmh das dauert natürlich wäre natürlich idealer wenn das ein bisschen näher dran wäre ich könnte auch hier vorne graben aber dann ist nachher hier nachher schon ein Riesenloch und wo wir dann ständig durchfahren müssen das ist glaube ich nicht ganz so toll so, mal gucken so, mal vorsichtig auf und füllen jawohl, wieder 60% dann können wir auch mal so fahren dann fahren wir jetzt mal von der Seite da ran man muss ja nicht immer von derselben Seite vielleicht geht das sogar besser jetzt muss man natürlich aufpassen wenn man hier immer weiter gräbt dass man hier mit dem Bagger nicht reinfällt bin mal gespannt ob uns das mal passiert und was dann so passiert so, Schaufel auf dann runter dann nicht ganz so voll geworden so da steht die Waschanlage da muss man wirklich ganz genau zirkeln so, Handbremse an Modus wechseln und rein damit 40% nur ein bisschen schlechter ein Drittel ist da einmal jetzt schon gefüllt geht schon etwas schneller als mit der Schaufel aber wir wollen natürlich auch mal gucken wie viel Gold wir hier bekommen mit einem vollen Eimer da werden wir noch ein paar Schaufeln brauchen um das auszufinden so boah alter was war das denn das ist wieder eine Mischung das ist ausgefallen darf man auch nicht zu hart und zu schnell hier die Schaufel bewegen 5 kmh das ist natürlich nicht schnell aber kann natürlich kann natürlich sein dass das eine ganz normale Geschwindigkeit ist für einen Bagger vielleicht ist ja einer von euch mal ein Bauarbeiter und weiß ob das so realistisch ist mit 5 kmh das kommt mir schon ein bisschen ein bisschen zu langsam vor oh jetzt müssen wir ein bisschen zurückfahren so 40% und wenn man hier sieht was für ein riesiges Areal wir hier noch zur Verfügung haben hier kann man wirklich sehr sehr lange graben so dann nehmen wir den erstmal dann den auf dann hier wieder runter Klappe zu Ups ne so nicht ähm genau so wollte ich oh man das ist ganz schön gar nicht so einfach hier was wir in der kurzen Zeit schon hier für ein riesen Loch jetzt haben ist ja totaler Wahnsinn so dann ein bisschen nach rechts ein bisschen zurück das justieren hier höllisch aufpassen so jetzt haben wir gleich 50% Füllung erreicht jetzt habe ich gar nicht mitgezählt wie viele Schaufeln das jetzt waren da waren bestimmt schon 6 oder 7 Stück und das Ganze dann jetzt nochmal mal sehen wenn man hier so ein bisschen drüber fährt ja der fängt schon an nach links weg zu kippeln leicht oh das war doch mal eine schöne Schaufel also wenn da jetzt nicht viel drin ist dann weiß ich auch nicht mehr so und rein damit dann müssen wir jetzt mal ein bisschen nach oben gehen die hängen hier schon so halb drin so Handbremse an rein damit 60% das scheint wohl schon ein guter Wert zu sein 60% die 60% haben wir auch gleich in unserem Eimer oh jetzt sieht man hier sogar schon so langsam da wo aussortiert wird da sammelt sich jetzt auch schon wieder so ein kleiner Berg an das ist ja dann der Abfall den kann man nachher dann nochmal graben oder was so auch von der Seite klappt das ganz gut was da auch für riesige Gesteinsbrocken drin sind so langsam geht's doch wieder randvoll die Schaufel so so ja das passt dann können wir mal öffnen 67% na jetzt ist schon gleich 18 Uhr jetzt wird schon wieder gleich dunkel und ich weiß auch nicht wann wir die erste Kreditrate zahlen müssen wenn das genau um Mitternacht ist dann mal gucken was dann passiert weil wir ja eigentlich nicht genug Geld haben um die Rate zu bezahlen äh da wo geht doch gar nicht rein so so da hat er den Bagger ganz schön hier mit reingezogen halt da Schwede ne so noch ein bisschen trotz Handbremse angezogen wenn die Schaufel sich da einmal festbeißt und er nicht weiter runter kann und man will nur noch weiter runter dann hebt er den Bagger natürlich ein bisschen an so nächste Schaufel so dann so 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 Jawohl, jetzt wird es schon langsam dunkel. Ja, das hat dann auch gut geklappt. Ja, das war's. Jawohl, das wird auch nicht schlecht. Ja, 83% jetzt schon, 84, 85. Mal sehen, wenn wir noch eine volle Schaufel haben. Was wir dann an Prozenten haben, wir wollen ja auch kein Gold hier verschenken. Also werden wir auf jeden Fall nicht bis 100% machen. So genau kann man ja gar nicht baggern. Und man weiß auch gar nicht, wie viel man hier dann reinmachen muss. Ups, na, wieder die falsche Taste gerückt. Wieder runter statt hoch. So, 20 Uhr. Es wird immer dunkler. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da jetzt an Gold rauskriegen. Weil wir müssen ja auch bald die erste Kreditrate bezahlen. Jawohl, über 90%. Machen wir mal Lichter aus, machen wir mal Lichter aus, mit dem Motor aus. Und steigen wir mal aus. Und dann machen wir erstmal alles aus hier, weil das ja alles Treibstoff kostet hier. Äh, ne, nicht anschmeißen. 27% ist hier nur noch Treibstoff drin. Ja, da läuft der die ganze Zeit durch. 48% hier, also bald auftanken. Oh, was sind die hier für riesige Brocken? Heute einmal, fast voll. Und das ist natürlich auch ziemlich viel Schmutz drin jetzt noch. Ähm, so, einmal zum Waschtisch. So, ähm, jetzt haben wir den natürlich noch nicht, äh, oder ja, nicht mal angeschlossen. Ja, stimmt. Ja, das ist ja blöd jetzt. Ähm. Oder wollen wir mal eine Runde üblich. Das geht ja auch. Können wir ja auch mal machen. Mal gucken, was wir hier jetzt an Gold bekommen. Jetzt mit der üblichen Methode. Und beim nächsten Mal können wir dann einmal mit dem Waschtisch machen. Das ist natürlich jetzt wieder ganz schön dunkel. Vielleicht wird es ja heller, wenn wir jetzt hier das Gold aufblitzen sehen. So. Zweimal, nicht zu viel. Aber man kann sich das auch kaputt waschen. So, holen wir mal näher ran. So, dann gucken wir mal, ob hier auch mal größere Brocken dabei sind. So, das sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus. So, einer, einer ist ja noch. 0,15. Um das Licht immer wieder ausgeht. 0,15. Und dann sollte das reichen. So, jetzt sind hier wieder welche dabei. Die wir noch nicht nehmen können. Oh, das ist ein riesen... Oh, ein riesen Brocken. Von 0,16 auf 0,23. Alter. Und der hier auch. Jetzt haben wir 0,24. 0,31. Voll die fetten Brocken hier. 0,33. Die müssen wir noch mal ganz kurz waschen hier. Ganz kurz. Und leuchtet schon wieder. Oh, da ist sogar noch einer hervorgekommen. Okay. Also die sind deutlich größer, die Brocken jetzt. Jetzt bei dem Gebiet, wo wir mit der Schaufel umher waren. Oh, ja. Der ist auch noch schön groß hier. 0,4 haben wir jetzt schon. So, einmal schnappen. So, dann wäre es das. Genau. Licht an. Jetzt kommt die dritte Waschung. Spannung steigt. Nicht zu viel waschen. Weiter macht man sich das Gold auch kaputt. Boah, was für Brocken hier. Jawohl. Was für Brocken. So, 0,5 haben wir jetzt schon. Ah, nee. Der sieht noch ziemlich dreckig aus. Da müssen wir noch mal rein. Na. Na. Hallo. so hier war noch hier war noch gold da haben wir ihn doch jawohl 0,6 haben wir jetzt schon noch mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht obwohl die brocken hier ziemlich groß sind oder man muss sie einfach mehrfach waschen hierfür fährt sich aber nichts mehr dann können wir noch einmal probieren nein das wars lichtern so letzte waschung und dann mal gucken was wir hier an gold hier gebackert haben so los jawohl 0,72 das waren noch keine 100% jawohl so das wars 0,72 unzen haben wir nur mit einmal baggern was relativ schnell gegangen ist jetzt obwohl die steuerung da muss man sich jetzt noch ein bisschen drin gewöhnen ja das war der erste baggertag und dann machen wir in der nächsten folge weiter dann machen wir dann wieder ein eimer voll und dann gehen wir mal durch die waschanlage oder durch den waschtisch mal gucken ob die ausbeute dann noch ein kleines bisschen besser wird wir können auf jeden fall schon mal den tisch schon mal hier her holen noch stromkabel brauchen wir erstmal nicht wir können den tisch ja auch nach hinten hin bringen so so wasseranschluss dann müssen wir den einmal drehen so genau jetzt ist der wasseranschluss hier stromanschluss da ja dann würde ich mal sagen bedanke ich mich fürs zuschauen und würde mich auch freuen wenn du in der nächsten folge wieder dabei bist wenn wir wieder eine runde baggern und ja unterstützt meinen kanal wenn dir das hier so alles gefällt einen daumen nach oben wäre nicht schlecht und ja und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich werde hier das noch ein bisschen jetzt hier aufbauen das stromkabel werde ich jetzt noch anschließen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank fürs zuschauen tschüss tschü指 tschü指 l tschü指 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 s tschü指 Bis zum nächsten Mal.